hallo zusammen dieses mal geht es wieder um ein portrait auf einem dunklen papier mit einem weißen und dunklen buntstift und das ganze mit tipps und tricks aus unserem buch genial zeichnen portrait und wenn ihr vielleicht talent irgendwie anderweitig im ausprobieren möchtet vielleicht in ein kreatives studium dann schaut auf unserem designcampus designcampus minus akademie.de dort findet ihr spannende infos zu den möglichkeiten die ihr später habt wenn etwas kreatives studieren möchtet so hier eine kleine kleine patzer die kamera hat leider nicht sofort gestartet deshalb ist die kleine vorskizze schon mal erfolgt tut uns sehr leid an dieser stelle aber das kennt ja auch aus anderen videos hier zeigen wir euch wie man dann jetzt mit dem kohlestift den die ausarbeitung eines porträts vornehmen kann so und man sieht das jetzt hier und dass wir uns als erstes dann nochmal das auge vornehmen es ist natürlich mit einem kohlestift immer etwas schwieriger zu zeichnen weil da die diese feinheit die fehlt einfach an dieser stelle deshalb ist das immer so nicht ganz so leicht was aber auf jeden fall gut damit machbar ist natürlich flächen zu verwischen also ein bisschen flächenartiger zu zeichnen so dass kann man auch hier sehr gut nachvollziehen wenn man dann jetzt bisschen mit den augenbrauen beginnt die auszuarbeiten so indem noch mal das auge aufgreift ist natürlich ein bisschen klein feinarbeit aber es lohnt sich weil die so pastellkohle porträts oft einfach einen besonderen eigenen charme aufweisen dafür müsste aber natürlich das richtige papier haben also hier ist das papier dann deutlich rauer das heißt es ist jetzt nicht so sehr weich ist es wirklich sehr sehr rau und dann kann man das ganze natürlich auch sehr schön noch verwischen und das bleibt auch in diesen kleinen papier furchen bleibt das die farbe sehr gut sitzen und dann auch hier dann kann man das ganze auch noch mal hier ganz schön ausarbeiten unter der nase noch mal mit den schatten beginnen und man sieht jetzt schon was das ausmacht eigentlich wenn ein bisschen schatten nur dazukommt macht das das ganze sofort deutlich interessanter und jetzt auch hier an den lippen ebenfalls auch noch mal und dann geht es hier runter zu den mundwinkel auch noch etwas schatten hinzu und achtet darauf es ist fast immer so die 45 grad winkel schrubfuhr das ist ein bisschen einfacher wenn man das ganze so ausarbeitet hier dann hier dann geht es dann runter zum hals das heißt die 45 grad winkel schrubfuhr an der könnt euch ganz einfach richten da weiß man dass man nicht so sehr viel falsch machen kann und dann auch hier natürlich auch die seite welches welcher trick eigentlich ganz gut ist den machen wir auch unseren porträt kursen auch vor ort wir zeigen euch was passiert wenn ich wenn ihr eine lichtquelle von einer seite habt schaut beobachtet euch selbst vielleicht im spiegel wenn das licht von einer seite fällt wo fallen dann die schatten hin das heißt hier in diesem beispiel natürlich von uns aus gesehen am rechten auge alles was die die wange alles was aus der rechten gesichtsseite ist das wird logischerweise dunkler aber einige partien wie über der oberlippe der bereich der bleibt natürlich dann schattenfrei weil da geht es natürlich leicht anatomisch so ein bisschen nach oben und diese bereiche sind dann eben nicht so ganz dunkle logischerweise die stehen achtet auch darauf dass das dass ein porträt nicht sehr langweilig wirkt das heißt auf das haar muss nicht komplett ausgearbeitet werden da gibt es ganz 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 viele möglichkeiten so und auch dann noch mal in hier in dem bereich nach oben hin so jetzt kann man das ganze nochmal um eine stufe dunkler gestalten es gibt dann also in bestimmten bereichen lohnt sich das natürlich weil der schatten ist ja nicht nur praktisch in einer stufe zu sehen sondern von hell bis dunkel ist dort alles vorhanden das heißt ihr müsst einfach zum schluss das ist wie sonst bei unseren zeichnungen die vor skizze die leichte ausarbeitung und dann noch mal die in der feinschliff die kontrast alles das was man dafür braucht und das ist hier genauso gehen dann noch mal so ein bisschen kräftiger ins werk und dann zum schluss kommt noch der weiße pastellstift der dem ganzen noch mal einen besonderen look verleiht also eigentlich dieses glänzende was ich vorhin besprochen hatte das ausgelassen wird wird hier dann deutlich noch mal hier sieht man es auch noch mal und dann auch die hellen stellen noch mal auf der nase lippe und vielleicht natürlich hier am ohr noch ein bisschen da wo es auch sinn macht und so eine das geht es dann schnell fertig, schnell gemacht. Achtet immer natürlich darauf, dass es locker wirkt, also die Striche nicht sehr verkrampft werden. Wählt dann die entsprechende Perspektive. Also hier merkt man, dass der Horizont mehr oder weniger durch die Nase verläuft. Deshalb wir sind leicht, ein bisschen tiefer als die Augenhöhe der Dame, die wir jetzt zeichnet haben. Das war es. Mehr dazu natürlich auch in unseren Kursen vor Ort oder online. Schaut unter onlinekurse.akademie.ru.de Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Akademie-Ur-Team.